Und zu diesem Motto wollen wir jetzt auch kommen und zu Marianne Ment, die mit ihrer Glocken, die 24 Stunden läutet, in Europa ungeheure Erfolge hatte. Und jetzt hat es eine neue LP. Sie trägt den Titel Gute Lieder sind wie Pistolen. Die Melodien, die man hört, sind verbraucht, entmutigt, in Kompromisse getaucht. Sie sind ein Notenteppich, auf dem die Motten promenieren. Die Dummheit lässt selbst die Öfen erfrieren. Gute Lieder sind wie Pistolen, denn sie schießen dich frei aus der Alltagskartei. Gute Lieder sind wie Pistolen, denn sie schaffen dir Raum, halten Lügen im Zaun. Mit Schlagen schlagen sie euch auf den Kopf, mit den Ideen aus dem ältesten Topf. Mit ihrem Notenteppich, auf dem die Motten promenieren. Gute Lieder sind wie Pistolen, denn sie schießen dich frei aus der Alltagskartei. Gute Lieder sind wie Pistolen, denn sie schießen dich frei aus der Alltagskartei. Gute Lieder sind wie Pistolen, denn sie schaffen dir Raum, halten Lügen im Zaun. Gute Lieder sind wie Pistolen, denn sie schießen dich frei aus der Alltagskartei. Das war die Marianne Mentz mit ihrem Lied Gute Lieder sind wie Pistolen. Danke schön. Für viele vielleicht eine völlig neue Marianne, denn alle die Marianne kennen, verbinden doch ihren bisherigen Vortragsstil mit dem Wiener Dialekt. Und wie wir sehen, kannst du Marianne auch in Hochdeutsch. Und das hat ihr wahrscheinlich auch den Weg bei unserem Nachbar in Deutschland geebnet.